hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge cheffie 87 zockt mit euch zusammen und zwar zocken wir heute mal tony hawks pro skater hd das habe ich gestern abend noch bei steam gesehen für 4,99 im angebot habe ich mir gedacht ah komm wechsel mal wieder oder holst du mal kindheitserinnerung hoch denn das spiel keine ahnung wann das damals rausgekommen ist habe ich auf der playstation 1 gesuchtet wie ein verrückter und mich würde es gleich mal zu anfang interessieren hast auch du tony hawk pro skater oder tony hawks ganz normal gespielt wenn ja kannst du gerne mal einen kommentar drunter schreiben oder einen daumen nach oben lassen und keine ahnung und wenn du 4,99 momentan kostet bei steam noch übrig hast kauf es dir doch da unten deine geschichte beziehungsweise dein feeling von früher wieder aufleben zu lassen ich bin mal gespannt ob es wirklich so ist wie es damals war ich weiß es nämlich gar nicht ok anscheinend ist es so schade aber ja mal kommt da wieder rein ach so man muss ja Buchstaben damit du hast du ja auch noch mal stets 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 Oh, das ist halt weh. Ja. Wir müssen jetzt erstmal die anderen Booster. Ah, das gibt's nicht. Au. Das war aber mächtig. Irgendwo noch. Ah, Mann. Ja. Gut. Schön ist anders. Aber... Kann ich das jetzt gleich nochmal machen? Ich muss es sogar machen. Der Sieg. Ja. Jetzt wird es kein Wunsch. Der Sieg. Der Sieg. Die Töne. Das war die Töne. Das war die Töne. Das war die Töne. Das war die Töne. Der Sieg. Oh, das gibt es nicht. Das ist so schlecht gerade. Ich glaube, mein Controller ist hier. Ja, denn ich hüpfe gerade hier rum. So, ich habe gehört, dass ich den Controller meine verpasst habe. Das gibt es doch nicht. So, na, na, das hat ja nicht so funktioniert. Scheiße. Irgendwie kriegen wir das nicht hin. Komm, wir machen nochmal einen Neustart. Ja. Wir sind hier nicht so schön, da ist es nicht so schön. Oh, tut mir leid, die Ollihock. Oh, was fehlt denn dazu? Ah, scheiße, aber, oh, schuldigung, aber wir haben es, glaube ich, jetzt geschafft. Ah, ach nein, wir müssen, kranker Score, okay. Okay, freigeschaltet, Stufe 2, Board freigeschaltet. Ich würde es aber jetzt so gerne. Na komm, machen wir mal, äh, gehen wir mal in die Levelauswahl. Und probieren das doch mal hier aus. Na ja, gucken wir mal, was hier passiert. So, juhu, die Schule ist aus, zu die Hauptesabstatt. Ja, super. Gleich mal schön. Was? Wie ging denn das? Oh. Oh. Haha. Hä? Oh, k Das ist der Kuh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 naja gut leute das war mal hier ein bisschen zurück in die vergangenheit mit tony hawk ich hoffe es hat euch ein bisschen spaß gemacht mich hat sehr meine kinder und ich werde es demnächst mal wieder spielen ich wünsche euch noch was tschüss bei der chef 87